Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute zum Thema Long-Covid. Gibt es das? Was ist das? Herzlich willkommen, Robert Kaczynski, auch heute wieder bei mir. Hallo Daniel, schön, dass du wieder da bist. Das heißt, Long-Covid haben wir jetzt auch seit ein, zwei Jahren in den Medien immer wieder davon, dass viele Menschen davon betroffen sind. Wie sieht es denn bei dir in der Praxis aus? Sind deine Klienten auch von Long-Covid betroffen? Ja, wir nennen das jetzt mal Long-Covid. Das ist ja auch eine andere Bezeichnung für eine neue Art von Problemen. Und die hängen ja offensichtlich mit diesem Virus zusammen. Also der Long-Covid als Krankheitsbild bedeutet, dass wir an einem Ort eine Immunreaktion hatten, die übermäßig abgelaufen ist. Und das Spezielle an dieser Geschichte ist, dass es zwei Sorten Menschen betrifft und das wird in den Medien gar nicht so groß erzählt. Es betrifft die Spitzensportler auf der einen Seite und auf der anderen Seite die schon relativ stark kranken und multisystemkranken Menschen. Also es betrifft die, wo das Immunsystem sehr aktiv ist. Das heißt, wir gehen in zwei Extreme. Ja. Weil es betrifft ja nicht alle Sportler. Wir haben ja viele Freizeitsportler, die auch gerne mal am Wochenende mit dem Fahrrad unterwegs sind oder vielleicht mal laufen. Sind es schon dann Extremsportler oder dann halt Klienten, die schon vorher kranken und Belastungen hatten. Genau. Und beides geht um das Immunsystem. Das heißt, im Ersten beim Sportler, da haben wir eine unheimliche Reparatur. Das heißt, wenn wir die Muskeln, das Herz, die Arterien und die Lunge überbeanspruchen, dann ist konstant eine Reparatur von Nöten, damit der Körper wieder fit ist. Das heißt, Extremsport ist auch in diesem Sinn nicht gesund, wenn sowas passiert. Und auf der anderen Seite natürlich genau die, von denen redet man immer, die natürlich schon viele Vorerkrankungen hatten und natürlich auch solche, die dann daran gestorben sind. Wie behandelst du solche Patienten? Kommen die dann schon mit der Diagnose von ihrem Hausarzt? Ich habe dann Covid und der Arzt sagt mir, ja, wir haben momentan noch keine Medikamente dafür. Oder entsteht das im Rahmen der Beratung, die die Klienten mit dir durchführen? Also alle meine Klienten, wenn ich so gewisse Symptome habe, sie schicken mir ja ein Foto und beschreiben mir ihre Symptome, dann kommt ein Mail zurück. A. Hast du Covid gehabt? B. Hast du dich geimpft? Also ich muss dann eine Antwort haben, dass ich einen Zusammenhang sehe mit ihren Symptomen. Weil man muss natürlich wissen, dass es an ganz, ganz verschiedenen Orten geschehen kann. Das Immunsystem ist ja überall aktiv. Das heißt, wir wissen ja nicht im Vorfeld, ist es oder hängt es direkt mit der Krankheit zusammen. Und erst nachher können wir diese Verbindung machen. Das heißt, mit der Zeit wissen wir, aha, das ist nicht ein Normalfall, sondern ein Fall plus Covid. Also das heißt, die Vorerkrankung plus Covid oder die übermäßige Beanspruchung des Herzens, der Lunge und der Arterien plus Covid. Und das gibt ein neues Krankheitsbild. Man muss sich mal vorstellen, was passiert. Das Immunsystem ist in diesen beiden Extremen sehr aktiv und wird natürlich durch diese Krankheit getriggert. Das heißt, das Spike-Protein, das da produziert wird, wird übermäßig schnell und übermäßig stark produziert. Und die Fälle, wo das passiert, haben wir auch einen übermäßigen Schaden an dem Ort. Und das sind eben verschiedene Orte, wo es dann passiert. Und dann das Schlimme, die Leute, die sowohl die Spitzensporter, die daran gestorben sind, wie die chronisch Kranken und Multikranken, die haben dann immer einen Zytokinsturm. Das ist das, was die Medizin beschrieben hat. Das sind dann alle Zellen, nicht nur das Immunsystem, sondern alle Zähnen haben angefangen, Zytokine auszuschütten als Immunreaktion. Das heißt, sie haben dann gemerkt, falsch gemerkt, dass irgendwas gar nicht stimmt und haben noch mehr gemacht. Das heißt, sie haben eigentlich sich selber abgeschossen, kann man sagen. Es ist wirklich eine so massive Überreaktion, dass eigentlich der Körper sich selber vernichtet hat mit der übermäßigen Reaktion des Körpers. Das wurde natürlich durch diesen Virus getriggert. Was haben wir denn für Möglichkeit in der Allnativmedizin? Können wir dagegen steuern? Wir haben nur die, die überlebt haben, die sind dann gekommen. Also es sind da immer die mittelschweren Fällen, die ganz, ganz schweren Fällen, die kommen nicht so schnell zum Naturarzt und zum Stoffwechseltherapeuten. Es sind die mittelschweren Fällen, die, sagen wir mal, sehr stark getroffen waren, vielleicht sogar ins Spital gehen mussten, aber nicht unbedingt an das Atemgerät gehen mussten. Also ich habe bis jetzt keinen einzigen Patienten gehabt, der künstlich beatmet werden musste. Das heißt, die ganz, ganz schweren Fälle sind nicht bis zu mir gekommen, aber ich habe viele andere gehabt. Und da sind natürlich die Abstufungen der Problematik ganz anders. Das heißt, bei einem multisystemkranken Menschen habe ich multisystemkranke Probleme und beim Spitzensportler habe ich eigentlich sehr eine einfache Geschichte. Also der Spitzensportler, das ist auch ganz spannend. Ich habe solche gesehen, die habe ich dann auf dem Bildschirm, die waren dann in der Praxis und da habe ich mit dem Oberrohrung gesehen und da habe ich gesehen, zum Beispiel einer, der mein Patient war, schon lange x-mal bei mir gekommen und plötzlich war das Herz wirklich wie abgeschossen. Da hast du richtig gesehen, wie die Funktion des Herzens komplett zusammengebrochen ist. Also das war sichtbar. Also er hat selber gestaunt und das hat auch Leute, die mittelgroßen Sport gemacht haben, Wellerfahrer und so, die haben wirklich einen Zusammenbruch gehabt in der muskulären Situation des Herzens oder der Arterien. Weil die Arterien sind ja kilometerlange Muskeln. Also das heißt, wir müssen von vornherein die Fälle komplett anders angehen. Wir haben beim einen nur Durchblutung hauptsächlich Probleme und Herz ein bisschen in der Lunge. In der Lunge war ja auch die Durchblutung das Problem. Das heißt, alle Leute, die man notfallmäßig ins Spital gemacht hat und denen hat man Blutverdünner gegeben, die haben alle überlebt. Also das heißt, der Blutverdünner war eigentlich dann die Lösung, damit die Verstopfungen durch die Immunreaktionen wieder gelöst werden konnten und das Blut wieder fließen konnten und der Sauerstoff wieder anreichend genug in den Arterien vorhanden war. Bei den Multisystemkranken mussten wir natürlich ganz anders da arbeiten. Da haben wir die Systeme, die wir unterstützen müssen. Also wir haben ja insgesamt etwa zwölf Systeme, die wir behandeln. Und viele, viele Orte mussten wir massiv mit lipophilen Produkten arbeiten. Sind die Erfolgschancen mit deinen Produkten jetzt bei den Long-Covid-Fällen? Also alle Long-Covid-Fälle habe ich gelöst. Und du hast ja gehört, ich habe nicht die ganz, ganz Schwere gehabt. Also das heißt, dieses Krankheitsbild als Long-Covid-Krankheitsbild ist eigentlich, wenn man das Intrazöle über Glutation, also lipophiles Glutation, über lipophiles Q10, Magnesium als Beruhigung und zur Heilung, lipophil wieder zugebracht. Das heißt, wenn man nur in die Mitochondrien geht mit den Produkten, dann haben wir sehr, sehr schnell sehr gute Resultate. Ein multisystemkranker Mensch hat dann immer noch die Multisystemkrankheit, aber das Covid nicht mehr. Das heißt, die Covid-Müdigkeit, die spezifische Covid-Müdigkeit, ist dann relativ schnell weg. Die Multisystemkrankheit ist immer noch da. Das heißt, die braucht dann länger. Wir reden da von Erfolgschancen zwischen vier Wochen und acht Wochen. Und dann sind sie wieder fit. Länger geht das nicht. Und sie merken deutliche Verbesserungen. Die, die natürlich multisystemkrank waren und schon total geschwächt sind, sind natürlich nicht so schnell fit. Das ist klar. Die brauchen viel, viel länger, auch mit diesen Produkten. Weil da sind wir von der Ausgangsbasis energetisch schon ganz, ganz, ganz woanders als bei mittelgesunden Menschen, der einfach von Covid befallen wurde. Ja, das ist doch eigentlich erfreulich zu hören, dass es ja Lösungen gibt. Weil in den Massenmedien hat man da so wenig gehört, dass es ja wenig Hilfe gibt. Ja. Wenn man ein bisschen überfordert ist. Aber es scheint doch Lösungen zu geben. Ja, absolut. Also es ist ganz wichtig, dass die Menschheit das weiß, dass es da Lösungen gibt. Wie du richtig auch gesagt hast, man könnte auch hochdosiert Vitamin C geben. Du kennst mich ja, ich bin nicht Freund von so Hochdosen. nur, wenn es wirklich als absolut letzte Chancen gilt. Also natürlich bei Krebs und solchen Sachen. Weil du natürlich durch solche, das ist ja, wenn du hochdosiert Vitamin C gibst, ist das ja dann auch nicht nur antioxidativ, sondern antioxidativ. Das hat eine brutale Wirkung. Du schockst den ganzen Körper auf. Ich bin da mit meinen lipofilen Produkten, also meinen Stoffwechselprodukten kombiniert mit lipofilen Produkten, bin ich da sehr sanft. Also Nebenwirkung praktisch null, nur Wirkung. Was will man mehr? Und es muss ja nicht alles in einem Tag gemacht werden. Wenn wir eine Grippe haben, dann sind wir auch sieben Tage krank. Und wenn wir Medikamente nehmen, geht es ein bisschen schneller, geht es nur eine Woche. Also es ist immer die gleiche Geschichte. Ja, also wir müssen einfach wieder lernen, mit der Gesundheit und mit der Krankheit umzugehen. Das heißt, dem Körper eine Chance geben, es selber zu tun. Und mit den richtigen intrazellulären Produkten kommen wir recht, recht schnell voran. Wir haben, ich kann mich nicht erinnern an einen Fall, wo wir es nicht geschafft haben, dass er relativ schnell auf die Beine kam. Wir müssen natürlich auch unterscheiden, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch die psychisch Kranken, die dann aus der psychischen Krankheit noch Covid bekommen haben, hat die psychische Krankheit verstärkt. Und das ist ganz klar auch nicht so, dass ich einen psychischen Kranken dann mit mehr Energie sofort aus der psychischen Krankheit rausbringe. Wir müssen das schon unterscheiden. Also wir haben die Multisystemkranken, die psychischen Kranken, aber alle zwischendurch sind null Probleme. Das ist relativ schnell machbar, wenn wir da nicht irgendeine unbedachte oder ungesehene Komplikation hätten. Aber das ist bis jetzt nicht gekommen. Ja, das sind doch mal gute Nachrichten eigentlich insgesamt, weil uns ja eigentlich immer nur versprochen wird, dass, wie gesagt, man irgendwelche Injektionen nehmen muss, um sie zu schützen. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, das anderweitig zu therapieren. Also die Injektionen sind ja so, dass du im Prinzip, wenn du wöchentlich mal gehst, gibst du eine hohe Dosis in den Körper. Der muss ja das irgendwo lagern, oder? Wie lange lagerst du Vitamin C? Also das sind Minuten, Stunden und dann ist das Ding weg, oder? Also all die Sachen, ob du Glutation oder egal was du machst, du hast eine riesen Dosis, die du da gibst. Und das Glutation, das jetzt nicht sofort irgendwo gebraucht werden kann, das verpufft, muss von der Leber wieder mühsam abgebaut werden, was dich ja wieder müde macht. Also wenn du da, Lipophil, heißt nichts anderes als verpacktes Glutation, verpacktes Q10 im Fett, dass wenn das nachher vom Magen in den Dünndarm kommt, wird es sofort aufgenommen, weil das ist ja so etwas, was der Körper will. Es bleibt verpackt und wird dann in der Zelle geöffnet. Unglaublich wirksam und schön langsam. Also man nimmt 5 Milliliter, 10 Milliliter, so immer in kleinen Dosen. Und so hat man immer konstant, hat man eine Verbesserung, eine intrazelluläre Verbesserung. Also ich kann nicht Freund sein einer hochdosierten Sofortlösung, weil das ist klar, das erste Mal muss man das spritzen, zweitens Mal ist das eine richtige Schocksituation für den Körper, dass das andere funktioniert. Ja, wieso soll man da so etwas tun? Das verstehe ich nicht. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank Daniel. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterbringen, dass es Lösungen gibt. und wenn Sie mehr Informationen wollen, Sie finden mich auf www.selbergesundwerten.com oder wenn Sie noch mehr wissen möchten über mich, dann finden Sie alles in meinem Buch Umsteigen vom Chaos zur Ordnung. Besten Dank und schönen Abend und Tschüss.